Ich würde die so kaufen für 2,50 Euro bei Ebay. Mit Pfand? Mit Pfand, ja. Unbedingt. Ja, man sprüht hier das aufzuneige. Hier liegt Nelly Enfield auch noch mit Magazin, super. Also was wir jetzt de facto brauchen ist eine richtig große Jerrycan, damit wir den... Hier ist eine Hase im Haus und wartet. Eine Heli überfüllen können. Ich glaube das werden wir nie hinkriegen, weil der Heli... Da reicht eine nicht. Ne. Und ich habe hier jetzt 15 Frames. Ja, ich habe auch 20. Zu wenig. Langsam wird es unangenehm. Ja. Ja komm, dann fahren wir noch mal irgendwo hin und gucken wir noch mal, ob wir was lustiges erleben. Wir haben unsere Meinung ja zu Mochon gesagt. Kommst du... Wo bist du hier? Kann ich dich abholen? Ja komm wieder zu den roten Gebäuden. Okay. Komm ich mal raus hier mit meinen 20 Frames. Da ist ein Quad, willst du den nicht mitnehmen? Ne ne? Nö. Weil so viel Sprit ist nicht mehr in der Karre. Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht wie viel im Quad drin ist. Ja das Quad war auch ziemlich leer. Okay. Ah da hinten bist du. Ja. Du läufst da ne? Ja. Stopp! I'm coming! I'm friendly! Don't shoot! Don't drive me platt! Ah! 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 So. Oh, let's drive mit Grandel Park! Wer hat mich gerade in der Scheune erschossen? Jemand der nicht friendly ist offensichtlich. Alter 16 Frames geht's doch! So wohin jetzt überhaupt? Links, rechts? Hier schießt irgendwas fettes. Ja? Oder fährte Zaun. Ach das ist dein Auspuff! Auspuff! Püff! Eisbüff! Eisbüff! Dein Eisbüff! Mach püff püff! Ich fahr einfach mal hier hin. Auch wenn du mir nichts gesagt hast. Ich fahr schon den richtigen Weg. Ja. Einfach intuitive. Das ist leider gerade gewahrt. Ich weiß ja nicht mal wo du hier bist. Ich kann nur noch Zelle und hier hehl'n Arsch. Einfach noch ein bisschen rumtreuen. Schau, da lass uns schon wieder eine ganze Zelle. Rache nehmen hier von wegen die ganzen Arschlöcher da. Jetzt hätte ich die M24 gut gebrauchen können, aber naja. Ach, hätte ich mal die Karre gepackt, wa? Die Karre hätte ich's packen sollen. Na ja. Gut. Ich bin jetzt hier nicht langfristig. Das ist einfach nur ein Test, ne? Eben. Eben. Stopp, stopp, bleib stehen. Da läuft einer. Ja, ja, ja. Soll ich den mal fahren? Ja, mach du. You wanna ride? Hey, we are friendly. We are friendly. You wanna ride? No ride? Du sollst ihn überfahren, nicht anfahren. Ride? You wanna ride? Komm. Get in. Get in, my friend. You wanna ride? You are dangerous people. You are very dangerous with your crowbar. You can come in. You can come in. We are friendly. You are friendly. You are friendly. Nichts passiert? Ah, doch. Er blutet. Hey, you are bleeding. You need a bandage, buddy. You should bandage yourself. It's very healthy to bandage. What's wrong with you? You are bleeding and you are walking. Wo schießt'n du hin? Das waren nur meine Feedbacks. Now I will kill you, son. Ich hab' ihn. Nee, ich hab' ihn. Nee, ich hab' ihn. Nee, ich hab' ihn mit meiner DM. Nee, ich hab' ihn. Mit meiner M14M. Er ist ja nicht mehr tot. Jetzt hab' ich ihn gekillt. Immer noch nicht, aber jetzt gleich. Er ist immer noch am Leben. Er lebt hier in der Wand. Well, you can live in the Wand now. In the Wand. Have fun with it. Nee, komm. Lass' ihn mal da. Ich will mich auch verabschieden. Goodbye, my friend. You can live in the Wand now. You are safe from the zombies. It's a good choice. But if you glitching, I ban you. Yes, global ban. We are global banning you. We are global banners. Er denkt sich auch, was für Psychos wir sind, ey. Okay, das war witzig. Noch mehr rumtrollen. Wo haben wir denn noch das Potenzial zum rumtrollen? Hier. Überall. Hier ist Zelle, Mann. Ja, Mann. Alle zwei Minuten laufen wir dann zehn Spieler vorbei. So, dann schön die Augen offen halten. Ich fahr' nochmal ein bisschen langsamer zwischendurch. Wie schaut denn überhaupt der Gesundheitszustand der Karre aus? Guck mal, da läuft was. Da läuft was. Nee, Zombie. Der Karre ist in Ordnung. Okay. Gelb aber okay. Aber Sprit ist halt nicht so toll. Ah, da hinten, da hinten. Vielleicht, vielleicht. Nee. Wo? Ah, nee. Guck hier so. Das ist eine Ziege. Hm. Die Frames sind echt nicht schön, Mann. Nö. Da, da. Haben wir doch allerhand gepult. Fahr doch mal in die Richtung. Ja. Vielleicht läuft da irgendwo ein Spiel damit. Nö. Dann fahren wir über die Brücke einfach. Ja. Ich lauf' da mal über die Brücke. Mit der Karte. Oh, da ist der Heli. Ja. Hallo Heli, we are friendly. Wollen wir mal zum nördlichen Airfield? Da ist ein Spieler. Ahhhh. 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 I got you. I got you, my friend. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead now. Marry dead. Los komm, schnell. Steig ein. Marry dead. Steig ein. Du glitschst bei mir in der Wand. Ja, ja, ja. Ich bin drin. Bin drin. Fahr. Fahr einfach. Hui. Also die kleine Party hier mit 20 Frames. Ist ganz nett. Aber wie gesagt. Vielleicht kann man das auch. Alter, wie viele hier gestorben sind. Vielleicht kann man es ja auch langfristiger spülen. Das Ganze hier. Da ist noch einer. Da ist ein Bandit. Wo, 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 wo. Oh, 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 oh. Steht der einfach? Ja. Der steht da einfach. War fein. Oh mein Gott. Alter, ich habe ihn doch erwischt. Ich ejecte. Bin raus. Nicht, dass du mich jetzt abschießt, ne? Ne, ne. Come on. My friend, stop. Get in. Get in. No, don't shoot. Wo ist der Typ? Ah, da. Der steht da und schießt auf mich. Du bist ein schlechtes Shooter. Du bist tot, mein Freund. Du bist tot jetzt. Oh mein Gott, der Heli kommt da. Ah, warte noch auf mich. Ich fahre nur im Kreis. Ah. Ich hole jetzt die Waffe von ihm. Ja, hol dir mal die 20 Friends Waffe. Scheiß einfach auf die. Oh mein Gott. Ah. Komm, rein, 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 rein. Oh. Nein. Oh, scheiße. Der Heli ist kaputt. No. Ja, ich stehe hier unmächtig. Oh, Frick. Patagieren, patagieren. Ich versuche den Heli abzuschießen. Du, ich habe eine Bloodbag. Magst du mir die vielleicht verabreichen? Ja, kann ich machen. Ich versuche den Heli abzuschießen. Oh, oh. Vor uns ist einer gelandet. Wo? Vor uns. Genau vor uns an diesen Ortschaft. Tatsächlich. Ich hole ihn. Ich versuche es. Ich kann nicht zielen. Jetzt her. Desing. Alter, ich höre nichts und sehe nichts und nichts geht mehr. Also desing ist keine Ahnung. Kannst du mir mal die Bloodbag nehmen, bitte? Ja. Im Rucksack. Ja, ja. So. Please. I need color. And the Hubschrauber comes back. Please. Smack quick. Scheiße. Ich kann dir das nicht verabreichen. Warum nicht? Oh, shit. It's not good. No, the Heli comes back. Scheiße. Oh, scheiße. Run away. We are fucked if he comes. Run away. Run into the Baum. I'm hiding into the bush now. Das bringt dir nichts. Oh. Jemand schießt. Jemand? Ah, da läuft auch der Spieler. Wo? Hier am Feld. Mit. Aber wenn ich jetzt schieße, schießt der Heli wahrscheinlich auf mich. Also schieße ich nicht. Ich versuche den Heli jetzt abzuschießen. Na, 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 na. Ich bin gar nicht da. La Heli, lass mich in Ruhe. Heint leider nicht zu klappen. Lol, da ist einer mit dem Fallschirm abgesprungen. Ich versuche ihn runterzuholen. Die Fist, dass er so umbackt. Wie näher da? Ah, jetzt habe ich keine Money mehr. Schade. Dann schnapp dir doch deine AK wieder. Ach ja, genau. Gute Idee. Wenn es doch nur immer so einfach wäre. Die freie Auswahl. Kannst du jetzt vielleicht nochmal versuchen, mir die Bloodbag zu geben? Das kann ich. Das wäre awesome. Nein, 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 nein. Stell die Waffe. Leute, da ist sie. Hä? Wo ist denn die AK? Hier auf der... Hä? Hier vorne, hier am Auto. Schwachschwammkopf. Warum sind denn hier so viele Leichen? Schwachschwammkopf. Da landet einer. Den habe ich vorhin gesehen. Wollte ich abschießen. Hau weg. Nein, und wieder habe ich geheidet. Ja, ich habe ihn. Sehr nice, mein Freund. Spawnkilling ist mein Freund. Oh oh. Oh, sehen wir, der Heli kommt. Ich kann dir nicht Blut geben. No, we are hiding hinter dem Tree. Alter, ich habe nur noch 13 Schuss, Mann. Komm, versuch mal, bitte. Ah, ja, jetzt geht's. Ja, gib. Hallo. Oh ja, Farbe, Sound, Farbe, Sound, bitte. Er macht nichts. Ah, komm. Ja. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Transfusion in Progress. Oh, yes. Remain still. I become colors. Oh, it's very color-y, but no... Oh, Heli. Blame, blame. Stay behind the tree. And make plays for me. But I still have no sound in this game. Oh, shit. Okay, now change the... Oh, nee, doch nicht. Nein. Oh. Ah. Ah. Es ist mit Sicherheit ein NPC, Alter. So, ja, dann können wir jetzt wieder nach Hillentor laufen, wenn wir jetzt kein Auto mehr haben. Okay. Ich habe nur noch 13 Schuss. Und ich habe überhaupt keinen Sound mehr und 15 Schuss. Ihr Schweine steht im Chat. Yes, we are pigs. Wenn er überhaupt uns meint, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, weil Kenny gestorben ist und die Liaison an South Park. Ihr habt Kenny getötet. Ihr Schweine. Stimmt, du hast recht. Wo ist der Heli? Kann gut sein. Ich höre ihn gar nicht mehr. Es scheint weg zu sein. Ich höre schon lange nichts mehr. Na, jetzt höre ich ihn wieder. 20 Frames, Alter. Schaffen wir das bis zum Baustellenhaus? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe ihn schon wieder. Ah ja, das passt. Weil dann würde ich im Baustellenhaus mal einen Relog machen, damit ich wenigstens wieder Sound habe. Okay. Because so it's no fun. Oh, da hinten läuft ein Zombie. Komisch rum. Siehst du das? Ja. Aber da scheint nichts zu sein. Der ist einfach nur behindert. Er hat einfach nur Kämpfe. Oh, da vorne ist wieder eine Zelle abgesprungen. Ja, ja. Habe ich auch gerade gesehen. Der Heli havert da hinten rum. Passt. Ja, also um nochmal einen Zwischenspreis hier zu geben. Eine nette, lustige Sache hier. Aber keine langfristige Sache. Zumal die Frames echt jeglichen Spielspaß vernichten. Ja, Frames. Also, ja gut, wenn wir jetzt nicht aufnehmen würden, würde es von denen klappen. Ja, würde es wahrscheinlich gehen. Aber jetzt so. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Mit aufnehmen ist halt nix. Let's go up. Let's go up. Let's go up. Let's go up. Okay. Let's go up. Let's go up. Let's go up. Let's go up. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, die Arschtrompete von Tulu. Nein, das ist immer noch keine Arschtrompete, sondern ein. Niemand weiß es. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr herausfindet, wie dieses Instrument heißt. Arschtrompete, ganz klar. Schreibt sie in die Kommentare. Sechs Sekunden zum Warten. Ich will... Irgendwie habe ich gerade Blutlust. Wo sind die Gegner? I don't know. Siehst oder hörst du denn was außer dem Heli? Ähm... Im Prinzip nein. Leichen, aber... Ja, Leichen liegen hier überall zu genügend. Ja, die sprechen ja mit einem im Daisy, ne? Hast du dir die Kippe angezündet? Nein, ich habe kurz Streichholz... Ne, nicht Streichholz, einen Zahnstau habe ich zerbrochen. Mhm. Das hast du gehört wahrscheinlich. Mhm. Klar. Und da bin ich wieder mit Sound und mit 20 Frames. Yeah. Maschendraht Sound in the morning. Bist du ganz oben? Ja. Na, komm ich auch mal drauf. Ne, aber wir können wieder... Cannot fire. Du bist hier, ne? Ja. Ja. Immer noch nur 15 Schuss. Also der Vlog hat nichts gebracht, keine cheatete Munition. Nein. Eigentlich fair. Aber... Richtig so. Ah, da landet einer. Wir laufen jetzt übrigens grad... Ja, viel zu weit weg. Wir laufen grad auf den Bereich zu, wo früher Baracken waren. Mhm. Aber die wurden leider irgendwann rausgepatcht. Ach so, warum? Zu viel wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da vorne fliegt er. Wie viel? Siehst du ihn? Äh... Hier, grad aus einfach. Ich sehe nichts merkwürdigerweise. Jetzt? Auch nicht? Nö. Hm. Dann bin ich entweder blind oder... Brauch eine Brille. Oder beides. Ja. Ja. Und da, wo hier jetzt diese Schutthäufchen sind, da waren früher die Baracken. Hm. Und der Heli wird schon wieder so laut. Ja. Ja. oft. Ja. ... ...